Oh Gott sei Dank, Geld ist da. Ich bin Agent Sam Snow. Und ich bin Agentin Kit Casey. Herr Einsiedler Krebs. Bitte, nennt mich Krabsus. Herr Einsiedler Krebs war mein Vater. Alles klar, Krabsus. Was genau ist hier passiert? Naja, ihr seht es selbst. Ich bin schon viel zu groß für mein Haus. Das heißt, Sie suchen nach einem neuen Schneckenhaus? Na, ich hatte ein neues gefunden, aber dann drehte ich mich um und es war plötzlich weg. Hm. Können Sie das verschwundene Schneckenhaus beschreiben? Ein Bild würde bei der Suche sehr helfen. Klar, es war ein wunderschönes blaues Schneckenhaus. Schön geräumig, schicke Küche, aber es ist verschwunden. Klingt, als hätte es jemand gestohlen. Keine Sorge, wir identifizieren den Dieb anhand seiner Spuren. Sofort, los! So ist brav. Zeig uns, wer dahinter steckt.